Mrs. Caroline Robinson Wenn sie will, ist es still, nur die Tumor schlägt Mitternacht, die Sonnenlacht, der Mond schnackt ohne Weg Ein Wunder ist geschehen, niemand kann verstehen Warum, weshalb, wieso, es ist heut' Hexenshow Mrs. Caroline Robinson ist für Männer die Sensation Sex und Spiel statt Wesenspiel, seit sie von dem Wesen viel Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebel, Graf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Wenn ein Hund ohne Grund einmal Zeitung liest Ingenieur, die Frau studiert, glaube, was du siehst Ein Wunder ist geschehen, niemand kann verstehen Warum, weshalb, wieso, es ist heut' Hexenshow Mrs. Caroline Robinson fliegt nun mit einem Luftballon Denn sie hat den Wesen satt als Nobelhexe dieser Stadt Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebel, Graf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Mrs. Caroline Robinson ist für Männer die Sensation Sex und Spiel statt Wesenspiel, seit sie von dem Wesen viel Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebel, Graf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Die Telepathie und der Leitungen Vielen Dank. Vielen Dank.